Ja, in der fröstelnden Eiswelt von Sonic 3, da sind wir zurück, der NRWB 18 hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und, ähm, ja, wir machen jetzt ein bisschen weiter. Hier gibt's schon mal nix. Es sollen... Es... Na, war ja klar. Es gibt sechs Welten hier und ich soll mich jetzt, glaube ich, in der, äh, fünften befinden. Was ist das? Kann man das einsammeln? Nein, das ist Grafik. Und ich bin sehr gespannt, wie, äh... Wow, okay. Das Tels dreht mal wieder durch. Wow! Ich bin sehr gespannt, was dann, äh, jetzt hier im letzten Level auf uns wartet. Okay. Okay, das war wohl Absicht. Wow! Da gibt es nichts. Moment, das hier... Nein, da gibt's nix. Wow! Der arme Tels ist schon wieder... Kaputt. Der stirbt so oft, der arme kleine Kerl. Diese Fallsequenz, die ist auch so geil. Hm, hört die auch irgendwann mal auf? Ich glaube, ich muss da auf den Ahr. Ähm... Jetzt mal die Frage. Was... Nein! Oh! Kann ich hier... Nein. Ah, so! Ah, okay. Das war mal ein richtig cooles Rätsel. Moment, irgendwas passiert doch da. Hm. Anscheinend nicht. Hm. Ah, wusste es doch. Wo geht's hier hin? Nach oben. Okay, ich muss ein paar Ringe sammeln. Was haben wir hier? Aha! Weiter geht's! Pinguine! Oh, die rumschlittern. So, du verschießt. Ja, ich wusste es doch. Verschießt bestimmt deinen Scheiß und dann, ja. Da geht's nicht rein, sondern nur wieder hier nach oben. Also, ja. Also, Moment. Das muss wahrscheinlich anders gehen. Das muss wahrscheinlich... So gehen! Na, das war nicht genug. Wow. Ah, wie geil! Das war klar, dass die zusammenbrechen. Bischli, weiß ich los. Hm? Nein, 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 nein. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Was passiert hier? Ich muss auf den hinteren. Oder? Na, jetzt geht der weiter hoch. Aber jetzt geht der schon runter. Oh, nein, nein. Das habe ich mir gedacht. Keine Lust, das jetzt hier nochmal zu machen. Ne, warte mal. Ob das so gewollt war vom Spiel? Hm, man weiß es nicht. Aber auch cool, dass hier alles so eingefroren ist. Och, der ist schon... Moment, da oben. Oh. Aber wir verlieren keine... Nein, klar. Erst behalte ich sie und dann... Oh, ich muss ja meine Ringe verlieren. Hallo. Ah, Ringe, Ringe, Ringe. Ringe, Ringe, Linge, Melei. Was ich jetzt hier so ein bisschen vermisse, sind die Bonus-Stages und die Ringe für Chaos Emerald. Ah, da war schon wieder was. Wo geht's hier hin? Ja, wieder. Mann, oh. Hier geht's. Oh. Selten dämlich ist. Und deswegen... Ah, renne ich hier nicht gerne bei Sonic. Ah, ist doch immer wieder dasselbe. Dann will man mal ein bisschen rennen. Und schon... Jetzt bin ich schon wieder hier, ja. Bleib mal stehen. Ah, nein. Ich hab nur gesagt, jetzt bin ich wieder hier. Moment. Da, 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 no, no, no. Wieder von vorne. Ach, schon wieder vorbei. Mann, das kann doch nicht sein, ey. Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Dammt nochmal. Wow, wo bin ich hier? Jetzt bin ich hier wieder, okay. Nein, nein, nein. Mann, das muss doch irgendwie möglich sein. Der hört immer auf, sich zur Kugel zu machen. Wieso hört der auf? Nein. Da schon wieder hat er sich... Normalerweise, aber ich denke mal, weil er fällt. Na, schon wieder. Naja. Ich hab's doch eben geschafft, mich da hinzustellen. War das jetzt nur Glück oder Zufall? Na, es scheint so. Ich glaub, da stand ich, kann das sein? Ja, aber nicht sehr lange. Oh, was ist das für eine Stelle hier? Das kann doch nicht sein. Aber hier gibt's sonst nichts anderes. Mann. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, leck mir doch die Stirnlappen hier. Das kann doch nicht sein. Habe ich da unten irgendwas übersehen? Oh, ey. Weil ich den haben wollte, weißt du? Hm. Tja, hier gibt's auch nix. Wow. Das war klar. Ach, egal. Ich bin ja den ganzen Weg zurück. Freunde, ich glaube, ich werde das schneiden. Irgendwie muss es hier einen Weg geben, da reinzukommen. Es geht nie anders. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Das war's für heute. 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 So einfach kann es gehen. Meine Güte. Und gerade bei uns hier in Düsseldorf ist gerade Monsum-Zeit, so wie es aussieht. Hier ist Sturzflut kommt hier gerade vom Himmel. Und es hört irgendwie nicht auf. Wow, das war knapp. Nein! Schon wieder so knapp. Und das passt nicht. Nein. Mann, Mann, was ist so schlimm daran? Das war knapp. So, jetzt aufpassen. Ja, meine Güte, der Regen wird ja immer schlimmer. So, nein! Oh, nee! Oh, nee, okay. Oh, nee, okay. Oh, der helps. Oh, Gott. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Cool. Es fängt an zu schneiden. Zu schneiden. Zu schneiden. Come on! Was bist du denn? Oh, nein. Das war klar. Kann ich dich? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich noch nicht erreichen. Kann ich noch nicht erreichen. Wow, Eschen! Ist das alles, was der macht? Hm. Na, wusste ich es doch, dass ich den treffen kann. Mist! Mist! Okay, das war jetzt gerade blöd von mir. Oh, Gott. Eigentlich müsste man ihn auch so treffen können, wenn die halt nicht, äh, ne? So sind, dass sie uns treffen können. Zweimal getroffen. Okay, und da jagen sie schon die Feuerwehr wahrscheinlich. Keller vollgelaufen. Nein! Nein! So ein Kack! Danke, Ted! Jawoll! Nein! Mh, Mist! Ach, guck mal, wie die 1 aussieht. Schön, schön, schön! Zone, äh, Akt 2. Das war ein Schuh. Ne, noch besser. Joix! Nein! Oh! War das knapp! Gut. Das war schon wieder knapp! Wie geil! Wir haben den Schnee weggefegt, er! Wow, wow, wow! Moment! Ich komme hinterher! Du Es war so klar Pinguine Von Madagaskar Boah, jetzt hängt es schon wieder so heftig an zu regnen hier Das ist der Wahnsinn Danke, Tails Moment, ich komme Nee, ich komme nicht mehr hoch Ja, super Klasse, jetzt haben wir uns Einen eigenen Graf geschaukelt hier Und Epp Oh, wenigstens Was ist denn das? Was ist das? So, oh Nein, nein Ah Ist das ein Fiesling Nein Nein Oh Mann Das kann doch nicht sein Ähm Was ist denn das hier schon wieder? Was Ah, okay Wow Okay, nochmal Wow Bingo Ich wollte gerade loben, aber Vergiss es Nein Äh Bingo Pine Hä? Jetzt komme ich hier wieder hin Ey Das war ja mal gerade sehr gemein Das kann doch nicht sein Na, da wäre schon wieder Ich Das ist das, was ich bei Sonic hasse Diese Schnelligkeit Die man hier eigentlich ja an den Tag legen muss Aber dann Wenn man sie an den Tag legt Dann passieren nämlich genau solche Kack Sachen hier Ei, ei, ei Was machst du da jetzt? Wow Okay, das machst du Moment, mein Ring Mein Ring Mein Ring In dem Ring verliere ich ja gar nicht Das ist ja cool Moment, muss ich mich da vielleicht Ja, muss ich Was ist denn Das? Okay, das war das Was war denn das für ein Gegner? Dr. Eggman Du bist auch immer Schwächer Naja, das war die Eiszone Oh, der jetzt rollt sich Achso, wir müssen weiter Eieiei Freunde, dann würde ich sagen Mache ich hier Schluss Und wir sehen uns dann gleich Ich denke mal So wie mir gesagt wurde Mit der letzten Zone Also, bis dann NRW über 18 Adieu Also, bis dann